Hygiene ist natürlich für unsere Patienten sehr wichtig und da werden vor uns tägliche Rundgänge, Kontrollgänge organisiert. Unser Reinigungsteam schaut wirklich sehr sorgfältig darauf, dass auch die Hygiene wirklich passt. Was natürlich auch wichtig ist, die Luftqualität. Unser Techniker von unserem AKLS-Team schaut mit täglichen Routinenkontrollgängen, das gefilterte Luft, die zum Patienten hineingeführt wird und dass die Patienten eine angenehme Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und alles haben.